5, 4, 3, 2, 1, los! Gerade 50 und 6 rechts übersprungen, in aufpassen, großen Sprung und Bodensenker und 6 links. 6 rechts überkuppeln 30, lange 5 links wird enger überkuppeln, nicht schneiden. Und 6 rechts überkuppeln, in großen Sprung rechts halten. Und großer Sprung, in lange 6 links übersprungen. In 6 rechts überkuppeln innen halten und 5 links, dann Vorsicht, 4 rechts übersprungen, innen halten. In 6 links und 6 rechts über großen Sprung. Und 6 links übersprungen, in lange 6 links und gerade Sprung. In 6 links übersprungen, 30 vorsichtloser Sprung. Und 6 links, in lange 4 rechts zum Finishing.